Moin moin Leute und seid ganz herzlich willkommen zu einem brandneuen Video vielleicht wie ihr schon den Titel sehen könnt ich verlose ein Steam K für das Spiel Pirates of Black Cove jeder der das haben möchte schreibt mich schreibt mich bitte unten in den Kommentaren an und dann werden wir sehen wer das gewonnen hat ich mache heute einfach mal wenn ich einen guten Tag habe mache ich heute einfach mal so eine Verlosung wer Bock auf das Game hat schreibt sich einfach unten in die Kommentare dass ihr das haben möchte und dann wenn wir sehen wer das bekommt macht's gut bis dahin ciao was mir noch gerade nur so nebenbei eingefallen ist das Giveaway wird am Ende des heutigen Tages sagen wir mal um 20 Uhr enden diejenigen die sich da unten in die Kommentare reingeschrieben haben werden dann gelost wer das dann gewonnen hat den werde ich dann per Privatnachricht anschreiben und dann regeln wir das immer einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich freuen Abo Kommentare schreibt ihr hoffentlich gut bis dahin alles gut ciao